die play macht spaß leute das ist nicht so ein abfahrt wie multiplayer das ist so ein abfahrt wie multiplayer hier kannst du mal richtig spielen 56 prozent aller leute die bei mir auf dem kanal zuschauen sind keine abonnenten das heißt wenn du dazugehörst schau einmal nach unten lass gerne ein like da lass gerne ein abo da ich würde mich riesig über den support freuen vielen dank viel spaß mit dem video moin leute was geht herzlich willkommen auf meinem kanal zurück ich habe euch versprochen wenn die geilen sachen kommen bin ich absolut dabei und genau das werde ich auch heute wieder einlösen vor ein paar minuten ist league play neu im black ops cold war gekommen und was wir jetzt gemeinsam machen zu später stunde wir werden erstmal unsere langlistenspiele spielen mal gucken ob ich eine kleine serie daraus macht mal gucken wie anstrengend es wird um dann zu gucken in welcher rangliste wir sind und in der hoffnung dass wir dadurch a mehr spaß haben und b vielleicht das thema skill based matchmaking ein für alle mal aus der fenster werfen können das heißt schwitzer modus an headset ist auf ärmel sind hoch für die die noch nie league play gespielt haben in league play habt ihr gewisse restriktionen das heißt ihr könnt nicht alle perks nehmen ihr könnt nicht alle waffen aufsätze nehmen die sind sehr an das angeähnelt was wir in den profiligen als regeln haben und normalerweise ist es so ihr spielt fünf spiele so war es auch im ww2 zum beispiel anhand dieser fünf spiele wird eure kd euer score windows und alles zusammen gesammelt und ich habe absolut keine klassen sehe ich gerade so und wenn ihr euch wundert warum das ganze so gestochen scharf ist leute ich habe das soll ich jetzt nicht machen meine alte elgato ist jetzt weg ich habe mir den nagel neue gekauft das heißt die alte elgato werde ich noch in meinem stream auf twitch in dieser woche verlosen indirekt b die nade hinten rein und hinterher flaschen sehr geil sehr geil 0 zu 7 2 zu 9 so 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 Das passt doch schon mal. Ah! So. Was ich krass finde in dem neuen COD, Leute, ist, dass die nächsten Stellungen automatisch angezeigt werden. Das ist, glaube ich, das allererste Mal in einem COD. Dass das passiert. Zumindest habe ich es bislang noch nie irgendwo gesehen, um ehrlich zu sein. Und ich finde das einfach cool. Weil, klar, die ganzen Profis können sich das sowieso merken. Alter Schwede, die liegen da. Die ganzen Profis können sich die Rotations sowieso merken, weil sie das eben einfach wochenlang trainieren. Aber auch für Casual Gamer, die einfach mal Bock haben, zum Beispiel ein bisschen Gas zu geben bei dem Ganzen, haben die Möglichkeit... Die haben da einfach mal die Chance, ich sag mal reinzuschnuppern, zu gucken. Müssen sich nicht an die ganzen Rotations gewöhnen, was ja auch dafür sorgen kann, dass man vielleicht das Interesse schnell verliert. Und alles Mögliche. Und Leute, so ein Live-Video, in dem man hier versucht, competitive zu spielen, ist echt anstrengend. Ah, schlechtes Aim. Richtig schlechtes Aim. Sonst hätte ich easy beide geholt. Jetzt müsste doch von hier Flash da oben hin. Die hat sogar eingetroffen, das heißt, die Nate hinterher. Und bitte urteilt nicht über mich, dass ich hier Spawn-Rotations nicht perfekt hinbekomme. A, konnte ich das noch nie. B, bin ich kein Competitive-Spieler, was das angeht. Oh oh. Das heißt, habt ein bisschen Erbarmen mit mir, wenn das nicht übermäßig perfekt ist. Ich gebe einfach mein Bestes und gucke, dass unser Team gewinnt. So, dass wir gerankt werden, damit wir gucken können, wie der Leak-Modus überhaupt funktioniert. Nice. Ah, ich habe keine Backup-Waffe. Ah, ich habe keine Backup-Waffe. Ups. Nice. Die letzten Punkte nimmt man noch mit. Den haben wir noch geholt. So, einmal Panzer rum drauf. Ihr kennt den Trick. Einfach ausrüsten, sofort Dreieck, dann habt ihr sie. Da, hinter mir. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin soweit schon überrascht, dass wir CDL als League-Play-Modus eh nach drei Monaten jetzt generell haben. Ich habe nämlich ehrlich erwartet, dass wir dieses Jahr wieder um die vier, fünf, sechs Monate warten müssen, bis wir League-Play endlich drin haben. Und League-Play in den letzten CODs, um ehrlich zu sein, war absolut grausam. Also, absolut. Okay, der ist außen. Nice. Den hat er gelesen. Den hat er gelesen. Den hat er gelesen. Ich will wieder hoch. Ich will wieder hoch. Gut gemacht, teammate. Schön, dass du auf die Mini-Karte guckst, um zu gucken, ob ich das bin. Eigentlich müssten wir jetzt Spawns abdecken. Tun wir natürlich nicht. Ist, glaube ich, auch einfach, wenn du alleine bist, nicht machbar. Aber du kannst natürlich die Spawns abfarmen. Ups. Keine Munition mehr. Für uns ist einer. Okay, das ist noch einer. Wir gucken trotzdem. 24-10. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus, Leute. 49 Sekunden Stellungstime. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Game ich dann, oder in welcher Rolle ich in der CDL-Liga wäre. Aber es geht ja heute nicht darum, dass ich mich bei Optic Gaming bewerbe. Denn ich bin absolut einfach nur ein Public-Spieler, der gerne auf Loops raufhaut. In Anführungsstrichen. Ihr könnt mir gerne sagen, was ich in der Theorie für eine Rolle hätte. Wahrscheinlich Slayer, in Anführungsstrichen. Oh, oh. Ach, Mist, ich kann nicht mehr weg. Ich würde sagen, für zwei, maximal drei Gegner. Und dann ist sie leer. Das heißt, ab da ist schon wieder... Okay. So. Ab da ist schon wieder vorbei mit dem Ganzen. So. Nice. Den haben wir. Und jetzt... Nice. Leap Play macht Spaß, Leute. Das ist nicht so ein Abfuck wie ein Multiplayer. Oh mein Gott, der Gunfight. Das ist nicht so ein Abfuck wie ein Multiplayer. Hier kannst du mal richtig spielen. Hier ist auch egal, ob Skill-Based Matchmaking nachher drinne ist. Solange du ein Team hast, was einigermaßen mitspielt. Nach Land. Ja, Leute. Das kann man sich richtig geben hier. Ah. 34, 13. Ja, Mann. Ich habe Spaß in Cold War. Wie lange ist das bitte her? Was macht er da? Wenn das funktioniert hätte. Okay, die Lache ist echt böse. Ich sollte damit aufhören. Yes, Baby. 41, 19, über eine Minute, 4.500 Schaden. Oh, der war auch gut. Alle ganz gut. Bisher, so kann ich auch spielen. So kann ich den ganzen Tag spielen. Super entspannt. Das ist besser als in Skill-Based Matchmaking, wo ich keine Rangliste habe, wo jeder alles nutzen kann. Alles Mögliche. So, das war die zweite von fünf Runden. Ich biete euch an, ihr lasst gerne ein Like auf dem Video, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und morgen bekommt ihr, denn das hier kriegt ihr heute Abend noch. Ich werde es jetzt sofort schneiden und rendern. Und ihr bekommt morgen dann die nächsten drei Runden, um zu gucken, in welcher Rangliste wir uns dann eigentlich befinden. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf sowas, geht einfach online, spielt es, es ist kostenfrei, war mit dem Update automatisch mit drin. Ich bin raus für heute. Haut rein.